Hier bin ich noch mal bei meiner Kraft, noch mal bei meiner Mystery, bei Hypixel mit den netten wunderbaren App N40 zusammen und ja, eine kurze Runde bringen. Das wird eine Mini-Folge. Alexa, ein Countdown von 10 Minuten. 10 Minuten, ab jetzt. Machen wir nochmal. Mach die Folge noch 10 Minuten lang. Ab jetzt. So, goodbye, goodbye, bye. Oh, das ist cold. Brauch aber mehr. Oh. Ah, schon, das war schon. Eine Minute ging sie mal. Auf geht's, neue Runde, neues Glück. So. So. Achso. Du warst, du warst das? Ja. Ich hab die. Ich hab die gar nicht erkannt als Mörder. Das kann man gar nicht so richtig erkennen. weil wir die Waffe ja auch wegstecken können, ne? Weil wir die Waffe ja auch wegstecken können, ne? Anscheinend. Das hat mir vorhin nicht so gut geklappt. Das hat mir vorhin nicht so gut geklappt. Oh, da. Oh, da. Gold. Da hab ich auch noch Gold. Ah, ist drei zusammen. Das ist zu wenig. Was können die Schalter eigentlich mal nicht machen? Oh. Das machen die Schalter. Okay. Hopp. Fehler hier unten wieder. Wollte ich jetzt nicht sein. Ja, die kommt, oder? weiter. Hopp. Ansammeln. Zack. Ich brauche noch mehr Gold. Ah, ich brauche noch Gold. Ich geb ihn gerne runter jetzt. Ich brauche gerne noch ein Kast. Gebe ihn gerne runter jetzt. So. Dann so viel Tote. Beweigungsprobleme am besten Ah, haben wir gewonnen Geht doch Geht doch Ohne was getan zu haben Ja, okay Welt wird betreten Welt wird betreten Betreten die Welt Ein sinnloses Gewusel hier Na ja, warten wir ab Ah, so Ich bin aber da Ach du Scheiße Ich bin so schlecht da drin Ah, jetzt geht es mit Laufen aber auch Wo sind die denn? Wo sind die denn? Keiner da Gold weg sammeln Wo sind die in den Spielen alle hin? Siehst du, das ist mein Problem Ich fände dann immer alle nicht Wo ist er? Hä? Zack So, da ist der Bengel Die kriege ich gleich Hier läuft der Die muss ich mal abwärtschauen jetzt Wo ist er? Wo ist er? Zeit habe ich noch? Warte nochmal Wo ist er? Hätt Hoch, hoch, hoch Hier muss er immer ran Hä? Wo zieht die alle hin? Da Das ist einer Gut gemacht Gut gemacht Gut gemacht Gut gemacht Gut gemacht Schau, wie der mich erwischt Der Sack Hast nur Glück gehabt Was? Hast nur Glück gehabt Ich bin so, oder? Du hast Glück gehabt Das ist einer, die ich erwischt habe Ich bin so, oder? Du hast mich nicht erwischt Du hast mich nicht erwischt Ja, ja Du warst so nah mit dir dran Ja, scheiß Und dann warst du auf einmal weg Tschüss Was? Wie die Tschüss Wieso? Du bist rausgefahren Oh Mann Da war die Leiter davor Du bist einfach Wieso fang ich da so voll Bucky Wieso fang ich da raus? Oh Das ist ein Scheißspiel Was haben wir denn? Schön ist Ich fahre mal eine Runde Rum, rum, rum Achso, geht los Ha, Detective bin ich Alles klar Was? Freundlich, Detective Wollte ich eine Waffe Ach, kommt ich jetzt erst Der ist ein Schwerkrick Ich meine, eine Waffe Alles klar Wo sind wir zu viele rum? Oh Ach, scheiße Ich kann die Waffe nicht so schnell wechseln Ja, wenn so viele Menschen aufeinander wuseln Dann hat man überhaupt keine Übersicht Das ist kacke Aber kann man nicht aus diesem Gewusel so schnell raus Oh, wo ist er? Da ist er Zack Man hat ihn auch Stop it Wie sehen wir denn hier so aus? Äh, was machen wir? Ich will einfach nur gucken, wie es hier so aussieht So die Gebäude Kirchenähnliches Gebäude Da haben wir dann Vulkan, der ausbricht Das ist cool Ein Karussell, dafür hat man keine Zeit, sowas zu gucken Wenn man jetzt im Spiel ist Das sieht man die ganzen Schönheiten Dieses kleine Das kleine Welt hier nicht Na? Hypixel Welt Schön Das sind Schwerte Ah, Excalibur Mal angucken hier So Und Achso, ich gehe jetzt So eine Achterbahn ist das hier Okay Kann man die auch befahren Wenn man die auch benutzen kann Ich glaube nicht Nee Klapp nicht, oder? So Hopp Kann ich hier so fahren, ne? Hm, so fällt man sie So Ja Klub, klub, klub Und dann geht's abwärts Hey Wuuu So Naja Das war's Schau Wieder So Ja Jetzt ist aber auch Schluss Jetzt habe ich keine Lust mehr Ja, nun reicht das aber Ich habe länger gespielt, als ich wollte So Ja Schluss, 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 Schluss Schluss, 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 Schluss Ja Schluss, Schluss, Schluss Ruf deine Freunde an Sollen die mitspielen Ich bin raus Ich bin raus Ich gehe in die Wüste Ich gehe jetzt in die Wüste Was, ne? Ja Ich kenne sie alle Ja So Ganz schön gold gefunden Findet man auch erst Wenn die Das beginnt, ne? Ja Der Mörder sein Schwert hat Hat auch wieder zu viel auf mir hier rum Hier Sieht auch mal den selben Weg wie ich Dann abhauen Zu viele Hier ist auch einer Hier runter Ja, hier unten ist der So Dann hat er schon Der Mörder Das ist der Mörder Ah, da bin ich erwischt Der Schwein Ah, Mann So ein Ärger Das bin ich, glaube ich, ne? Oh Bin tot Bin so tot Tot Ja Ich bin tot Ich bin tot Ja Okay, Freunde Das war's dann halt auch Ähm, ja Können wir diese Welt noch von außen besichtigen? Kann man irgendwie raus hier irgendwo? Oder gibt's hier von dem Gebäude keinen Ausgang? Dass man hier rauskommt Irgendwo, ne? Sieht nicht so aus Dass man noch zum Ende zeigen kann Ne Das nächste So, alles klar Gut, habt euch wohl Bis dann Euer Jockel Ciao Das war's von Hypixel Und mal zu Ihnen Vielleicht gibt's noch mal ein paar Folgen von Mal schauen Ciao